Hallo zusammen, mich hier ist wieder Heuchela und schon wieder für euch in Battle for Aspera.nawix und zwar wollen wir heute wieder so ein kleines Achievement angehen heute geht es nämlich um ein Achievement, was neu mit dem Shadowlands Pre-Patch reingekommen ist und zwar finden wir das einmal hier unter Erkunden und dann unter Legion und das schimpft sich, ob groß, ob klein, nur T-Liebe kann von Schmerz befreien und dafür müssen wir wieder ein bisschen rumtigern, diesmal den Legion und ein paar Pets lieben heißt wir machen uns ein Makro mit Slash-Liebe, das hatte ich euch ja im Teil von Warlords of Draenor schon gezeigt also ein Makro Slash-Liebe, Pets ins Target nehmen, Makro drücken und zum nächsten Pad wir werden jetzt alle Pets abtingeln und ich zeige euch welche ihr braucht und am Ende habt ihr hoffentlich so wie ich dann auch das Achievement ich habe zum WOD-Teil schon ein Video gemacht, zum Teil von BFA werde ich noch ein Video machen und dann wenn Shadowlands rauskommt, zum Shadowland Pandor natürlich auch zu den älteren Sachen habe ich vor Urzeiten mal was gemacht also falls ihr die noch nicht haben solltet, könnt ihr da auch mal gucken gut, kleine Randnotiz, ihr könnt nicht eure eigenen Pets nehmen, also die ihr gefangen habt sondern ihr könnt nur die Pets nehmen, die hier rumlaufen sowohl die normalen Pets als auch die Pet-Battle-Viecher die funktionieren tatsächlich beide hier so, den ersten, den wir uns schnappen müssen ist hier einmal der, nicht der Küstenkrabbler, sondern er hier Küstenstrandläufer und den müssen wir jetzt einmal lieben einmal Liebe drauf und der befindet sich hier in Legion und zwar in Asuna auf den Koordinaten 58, 39 und ja, haben wir den ersten ich würde sagen, wir gehen dann weiter zum nächsten so, dann sind wir am zweiten Spot und zwar hier unten in Asuna auf den Koordinaten 40, 59 und hier haben wir gleich zwei Pets, die wir uns holen können einmal hier die schattenhafte Schlange die lieben wir einmal und dann haben wir hier noch ein zweites Pad und zwar die Teufelspinne die schnappen wir uns auch noch und dann können wir weiter dann sind wir am letzten Spot hier in Asuna und zwar bin ich jetzt hier oben bei den Koordinaten 31, 35 und dort müssen wir uns einen Albatross schnappen und zwar fliegt er hier oben schon rum Albatross-Küken, genau, das brauchen wir und das lieben wir auch nochmal hier gut, dann sind wir mit dem ersten Gebiet fertig dann sind wir im zweiten Gebiet eingekommen und zwar sind wir jetzt einmal hier in Walchera und hier bin ich jetzt auf den Koordinaten 38, 62 hier auf den Feldern und dort müssen wir also Falken uns besorgen und zwar haben wir da einen solchen Falken den lieben wir jetzt als erstes mal ich zeige nochmal die Karte also hier unten sind wir 38, 62 dann sind wir am zweiten Spot hier in Walchera und zwar hier im nächsten Dorf bei den Koordinaten 54, 72 und da haben wir dann so ein kleines Rehkitz und das schimpft sich Glanzhof Hirschkalb, genau und das werden wir jetzt auch einmal lieben und dann der letzte Spot hier in Walchera und zwar sind wir jetzt hier bei den Koordinaten 64, 73 und dort haben wir das letzte Pad jetzt müssen wir erstmal hier so ein Satyr noch kurz wegboxen den auch noch, genau und was brauchen wir hier? dieses Pad hier das schimpft sich Umbra Ringelschwanz das tun wir dann auch einmal lieben und dann sind wir in Walchera tatsächlich auch schon durch dann sind wir im nächsten Gebiet und zwar in Suramar und hier bin ich jetzt auf den Koordinaten 42, 56 und hier haben wir relativ viele kleine Mobs kleine Pads, die wir anklicken können wir brauchen aber ein bestimmtes und zwar diesen kleinen Frosch hier Glitzerteigfrosch heißt der den lieben wir und das ist tatsächlich auch das einzige Pad was wir hier in Suramar brauchen dann sind wir im nächsten Gebiet und zwar im Hochberg und hier im Hochberg sind wir jetzt auf den Koordinaten 56, 55 und hier in der Nähe haben wir gleich zwei Pads und zwar haben wir einmal hier einen Fuchs und zwar schwarzpfotiger Fuchswelpe das ist das erste Pad, was wir brauchen das können wir einmal lieben und dann gibt es hier auch gleich noch eine Eule und zwar haben wir Langohreneule und die lieben wir jetzt auch noch dann geht es weiter dann kommen wir zum nächsten Spot und zwar sind wir jetzt hier einmal auf 55, 44 von den Koordinaten her und wir suchen jetzt eine Fledermaus und die muss in der Höhle sein deswegen werden wir die jetzt einmal suchen also ihr seht, hier von da oben sind wir gerade gekommen von dem Fuchs und der Eule und hier ist dann die Höhle also hier ist der Höhleneingang da fliegen wir jetzt einmal rein und in der Höhle müssen anscheinend Fledermäuse drin sein und ja, da haben wir auch schon eine okay, der greift mich nicht an perfekt genau, das ist die richtige Echo-Fledermäuschen das brauchen wir einmal wird hier geliebt und dann sind wir hier im Hochberg schon fertig und wir können ins nächste Gebiet dann sind wir im letzten Gebiet unterwegs und zwar einmal hier in Sturmheim und dort bin ich jetzt bei den Koordinaten 55, 54 ne, 55, 45 so rum und hier haben wir ein kleines Pad das heißt winzige Erscheinung das müssen wir einmal lieben und dann haben wir es fast geschafft und zwar sind wir jetzt hier an dem nächsten Spot auf den Koordinaten 62, 51 also direkt neben dem Lager hier und hier haben wir ein Pad das nennt sich Gold Adler Junges und das lieben wir jetzt auch und ihr seht schon da poppt unser Achievement auf dementsprechend haben wir jetzt hier alle Pads fertig waren nicht sonderlich viele denkt mal, das ging jetzt recht gut ich werde euch einmal noch den WoW Head Link in die Infobox reinpacken für jemand, das die TomTom Koordinaten braucht weil er die gerne eintragen möchte kann er das dadurch gerne machen und ja, dann sind wir am Ende von dem Video angelangt ich hoffe dem einen oder anderen konnte ich helfen wie gesagt, WOD Video habe ich schon gemacht Legion und Shadowlands Video kommen dann auch noch für diese Achievements und ja, dann sehen wir uns das nächste Mal wieder euer Taylor, bis dann Ciao